Du wolltest schon immer mal sehen, wie ein Mario Odyssey Anfänger-Speedrun ausschaut? Guck mal hier rein. Das ist jetzt langsam echt... Das ist peinlich, tut mir leid. Junge, moin, was geht? Schaut mal, wir haben tierischen Besuch. In diesem Video bin ich meinen allerersten Mario Odyssey-Speedrun gerannt und welche Zeit ich am Ende geschafft habe, erfährst du am Ende des Videos. Und ich würde auf jeden Fall während des Videos abonnieren. Jetzt vielleicht auch. Okay, warte mal, wir müssen ein neues Game beginnen. Alter, ich hab keine Ahnung, wie das wird. Let's go. Alter, unter 2 Stunden 45 ist mein Ziel. Wenn ich das schaffe, King. Allein... Hallo? Hallo? Digga, spring doch ab. Wie spring ich? Ich hab auf jeden Fall die Steuerung im Griff. Mit dem Game-Heft. Jetzt muss ich daneben springen. So, jetzt kommt der Dino-Skip. Oh, bitte lass den Dino-Skip klappen. Komm schon, lass den Dino-Skip. Digga, geh mit deiner dreckigen Dino-Pfote auf diesen Kack-Trampolin drauf, Mann. Willst du mich komplett verarschen? Junge, geh doch mit deiner dreckigen Foto oder was auch immer das darstellen soll. Yes! So, Wüstenland, da habe ich die Monde grob im Kopf, die Route. Also, guck mal, es gab hier so einen übelst krassen Jump. Oh mein Gott, das habe ich sogar hinbekommen. Tschüss! So, der Mond müsste hier sein. Hä? Digga, ist der Mond nicht hier? Hallo, Mond! 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 Boah, den zu treffen, heilige Makrede, man muss schütteln. Hey, ey, 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 yes! Okay, jetzt muss ich irgendwann, jetzt muss ich schnell an den Mond rankommen. Keine Ahnung, wie ich das anstelle, das verkacke ich auch meistens. Ja, ja! Nein! Oh Mann! Wo wäre der Weltrekordhalter nach 17 Minuten? Forstland schon. Okay. Aber wie kriege ich das denn jetzt am optimalsten hin? Der Sprung... Alter, den habe ich nie hinbekommen. Warte mal. Stimmt! Oh Mann, nein! Ja, scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich hole mir einen anderen Mond. Aber wenn er, erster insgesamt... Bro, bin ich los! Könnt ihr mal aufhören, mich zu... Warum verliere ich jedes Mal ein freaking, freaking Herz dabei? Dann kann man das hier uptime. Man muss warten. Warum bin ich das... Warum, warum gehe ich so... Warum, warum tue ich das? Oh Mann! So macht mich dieser Boss wütend. Wenn ich nochmal sterbe, cringe. Ganz ehrlich, spiel doch einfach mit Bedacht und ganz in Ruhe. Alter, das ist jetzt langsam echt... Das ist peinlich, tut mir leid. Digga, wenn ich es jetzt nicht schaffe, Fortnite streamen. Weil dann ist es langsam... Das, das tut mir leid, das ist peinlich. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt, jetzt endlich, endlich, Alter. Guck mal, ich muss eigentlich direkt mit dem Fortnite-Stream drohen. Dann funktioniert das. Okay, Alter, jetzt, jetzt ist echt tot. Der Sprung, der jetzt kommt, ist meistens tot. Haa, genau das meine ich. Shit, nochmal bitte. Höher, 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 höher. Zu nah dran, zu nah dran. Eigentlich kann ich schon den regulären Weg gehen, oder? Digga, ich verliere gerade wieder schon so viel Zeit. Digga, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist... Wo ist der reguläre Weg? Kann ich den regulären Weg gehen eigentlich? Kann ich den gehen? Hä? Warum hat das... Funktioniert es nicht? Hä? Hä? Why? Das ging gut. Ja. Haa. Yes. We have it. Okay, we have it. We have it. Alter, der nächste Sprung, Digga, kriege ich nie im Leben hin. Kriege ich nie im Leben hin. Konzentration. Dankeschön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, so, wir brauchen noch... Wo, wo, wo spawn ich? Mankey High? Nein. Nein. Glaub ich nicht, Digga. Weltrekord schon seit drei Minuten fertig. Auch eher Rage Critten. Shit, wo war dieser Impossible Jump Gefühl, den man jetzt machen muss? War das nicht hier? Hui,ui,ui,ui,ui,ui,ui,ui. Shit, verkackt. Oben auf dem Podest, ja, bin ich zu. Zu spät gesprungen? Alright, super. Okay. Yes! Oh mein Gott, Alter. Ich hab mich grad so bepisst, ohne Scheiß. Junge, moin, was geht? Schaut mal, wir haben tierischen Besuch. What the dog doing? Äh, viel Erfolg noch. Danke, Mann. Jo, danke, danke. Kann's noch chaotischer werden? Kann man sie nicht mit so einem Pömpel hier auf die Bank jumpen? Mario? Hallo, Mario. Wie setze ich mich denn hier hin? Kann mir jemand sagen, warum Mario sich nicht hier hinsetzt? Muss stehenbleiben. Ah! Ja! Wham! Wohlan, wie lautet der Name des Landes? Äh. Ja, wie heißt denn die Kacke? Fossilfälle? Blubberstrand? Weil, seit wann heißt denn der Bums Blubberstrand? Why? Oh, es gibt hier so... Es gibt irgendwo Captain Toad. Aber wo? Irgendwann versuchen wir den erstmal in der Eislandschaft hier zu suchen. Ich glaub, der ist echt hier irgendwo oben, oder? Captain Toad? Toadie? Toad, Toad? Toad, Mann? Also ein bisschen mehr nach links noch. Aha! Toad, Mann, was geht? Äh, ja, wir probieren unser Bestes hier aktuell in dem, äh... Eine Stunde 42. Okay, auf geht's zum Schlemmerland. Oh Gott! Ich hab nie gedacht, dass es so anstrengend ist. Ich hab das Gefühl, das wird irgendwie nix. Ich hab, by the way, 1 zu 1 grad ein Déjà-vu. Ich hab grad for real ein Déjà-vu mit eine Stunde 42 und diesen Jump gerade. Alter, als ob ich das schon mal geträumt hätte. Letzter Try. Ja, scheiß drauf. Ah, hol ich mir andere Monde ab. Wer das von denen ist. Mist. An einem Video sah das viel... Oh, nö, bitte, bitte nicht. Ah, nein! Er hat mich erwischt! Guck mal, es geht voran. Ey, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich wusste, das wird total chaotisch heute, dieser Speedrun. Okay, jetzt geht's los. Wir haben die restlichen Monde. Jetzt geht's nur noch darum, so schnell wie möglich hier durchzukommen. Zum Mond, Alter! Woo! Das ist hier das Besondere. Auf der Sphinx, okay. Krieg ich nie in der war, glaub ich, hin. Aber wie springe ich denn auf Cappy drauf, Mann? Wie? Krieg ich nicht hin? Ja, scheiß drauf. Ganz ehrlich, hat eh keinen Sinn. Da geht voll viel Zeit drauf, meintet ihr. Aber was soll ich tun? Was soll das denn? Was soll das denn? Ja, schön, ist egal. Party Kirby, Party Kirby. Junge, er schlägt zweimal zu. Yeah! Yeah! Woo! Yes. Alter, wenn ich jetzt nicht sterbe und keinen Fehler mache, müsste es eigentlich ganz gut klappen. Yeah! Bin ich durch? Oh, no, 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 no. Junge, genau 14 Uhr, Ende. Ich raste aus. Unter 2 Stunden 45. Genau das Ziel, was ich am Anfang gesagt habe. Genau das Ziel, was ich am Anfang gesagt habe. Wow! Du hast Bock auf noch ein Mario Odyssey Video? Dann schau dir jetzt dieses Video an. Dort habe ich Mario Odyssey in einer Steuerung gespielt, die sich nach jedem Mond ändert. Was zum heiligen Bibadius! Viel Spaß! Bis zum heiligen Bibadius!